Ach du scheiße. Wo bist du? Hier. Ah, hier, hier, nimm mal den, den hier, warte. Ist da Crystal Meth drinne? Oh, verdammt, ich hab den grünen nicht dabei, musste den Propital erst mal, der muss erst mal hinhalten dann. Der gibt dir auf Zeit Heilung. Ja, ja, ich weiss. Ihr Beutel hier im Dings Richtung Ifak, das kannst du rausnehmen in der Weste. Ich hab den grünen nicht mehr drinne, fällt mir nicht drauf. Oh, ich hab die scheiß Weste aufgenommen. Danke, Matze. Warte, ich schau's wieder raus. Hast du vor uns ein Old Guest schon markiert? Geh mal ein bisschen her zwischen die Tonnen hinter dir, Freunde. Weil ich das ja ins Cap reinmarschiert und dir einen Headshot verpasst. Beutel, hattest du Old Gas schon markiert? Ne, da waren wir doch gar nicht. Wenn das so jetzt Old Gas gehen, dann die Neue, also die richtige Tanke. Ja. Und von da aus laufen wir einfach zum Richtung Exit über Crossroad, dann haben wir alle drei. Genau. Wer rennt? Ich bin das. Unter der Brücke? Ach ne, das ist ein Skeff da drüben. Keff, ja. Du bist am Auto gewesen, oder? Beutel, du bist hier und fliegst dich, oder? Ne, ich bin unter der Brücke. Ja, mein ich ja. Ich bin hinter dir. Sorry. Da ist er, ich sehe dich. Mach jetzt Experimente mit deinem halben Leben. Das ist Stell구나. Du beschreibst mich ja. Okay. Da ist noch einer gewesen. Da ist an der Tanker, entjemand? Wer ist das? Das bin ich und der Benji. Okay. Ne, das war der. Gut. Dann komm mit, Boyl, zu mir hier links rüber. Was? Schnell, schnell. Da drüben. Nein? Du rennst falsch. Zurück. Ich bin da drüber. Ich hör mir mal die Schrufe hinzu und deine... Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Ich denke, du guckst immer viele Streamer an. Du musst doch wissen, wo das Zeug steht. Hier, da markieren. Du lernst nur das Falsche. Die machen das innerhalb von der ersten Stunde. Das, was ich hier für euch drei Tage brauche. Das stimmt. So, dann rennen wir zurück. Ja, geht das dann zur Tankstelle. Nehmen wir aber einen Shortcut, he? Ja. Beutel wieder zurück zur Brücke. So, erster Marker sitzt. So, da rennt jemand auf dem Vorplatz. Ja, hab ich gesehen. Komm, Benji, wir gehen schon rein. Hab sie, die Tiger. Was? Oh. Was steht hier vor? Was ist denn da drin? Da steht dann nicht in Vore. Wie komm ich denn hier nochmal durch? Na, schießt denn hier? Ich bin hier. Ach ja. Ich bin schon vorne am Tor. Ja, ich komm jetzt auch. Ich bin unten in dieser, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Wo, im Keller? Ja, genau. Da, wo diese, eben die Tech-Kiste ist und so. Ich sag noch ein Grizzly. Oh, das hat, das ist jetzt nicht Benji, hat's gehört. Ja, ne, halt. Benji ist der Grizzly-Fan. Seitdem ich weiß, dass man die auch mit wenig Mitteln selber craften kann. Ach so? Wusste ich gar nicht. Die Steuerung. Seit wann geht denn das? Ne Ahnung. Hm. Jetzt wird mir gar nicht aufgefallen. So, wo ist der Beutel? Ich bin hier hochgegangen, warte. Jetzt komm ich wieder runter. Ja, das Geft, den hab ich gelegt. Also, keine Angst hier. Da oben gibt's doch, glaub ich, gar nichts. Brauch schon mal auf, ne? Ja. Wie er da liegt. Beine von sich gestreckt. Beutel, wo bist du? Äh, hier im Durchgangsraum. Okay, sag gut. Ah, alle da, prima. Oh, mein Zerleber. Da ist er, der Jutost. Wo ist denn wohl auch lebend? Oh, noch eins. Lebend entkommen. Minus. Nice. Minus, minus, minus. Das ist, was ich hören will. Minus. Dann mal rein. Irgendwie ein Heilvorgang schon. Tuschonka. Achso, Beine. Brauchst du ja. Ah. Nee, Tuschonka. Achso, oder? Brauch ich das? Ja. Ja, ich bin 50 Mal am Staffelswart hängen geblieben. Ja, hab ich gehört. Ja, wenn du keine Ausdauer hast. Ich bin es halt gewohnt, da einmal drüber zu hupen, ne? Hm, that is that. Warte, ich komme gleich rein, Leute. Hier, eben vorne in dem Tresen liegt der Shonka. Tresen. Kommst du, da kommt, wer kommt dran? Ich komme von hinten, ich komme von hinten. Okay. Ich komme jetzt vorne. Jeb, jeb. Ich gehe mal hinten zu dem anderen hinten. Oh, Alter, hier war ein Folter of Intelligence drin. Wo? In dem Tresen. Oh, geil. Hier flabbert ein Skett. Könnte aber auch deine Mutter sein. Das ist oben auf dem Sniperhügel. Was machen denn die da oben? Ja. Wer kommt da unten? Ich gehe jetzt hinten raus aus dem Tresen. Na, warte, hast du deinen Tresen mitgenommen? Wahrscheinlich nicht. Ja, habe ich. Doch, hat er. Ah, geil. Gut. Ja, toll. Dann kannst du hier markieren, Beutel. Schnell und dann wieder in eine Tanke rein. Hier. Das Gäferbrich auf dem Kieker. Da ist irgendwo einer, der snipet da. Alex BP. Du bist tot? Bist du tot? Ja, hat alles in dem gedrückt. Wo warst du? Benji, wo bist du? War ich auf dem Weg zum Sniperhügel. Okay. Da ist auf jeden Fall einer, der... Macht gerade den Scaf-Tot hier? Spielt eine AK mit BT. Über da rein? Wollen wir den Sniperhügel pushen oder wollen wir Beutels Quest-Fab machen? Macht die Quest. Besser ist es. So, Nathan, kommt mit. Wir müssen rüber zum Construction. Aber ich weiß halt nicht, wie weit er uns jetzt zieht, weißt du? Hm, das ist das Problem. Ob er in ihren Deckungen ungelangt, dass sie dann nicht... Ja. Nehmt so viel Deckung mit, wie geht's. Ja. Wenn wir da jetzt zur Brücke rennen. Kann ja nicht alle drei gleichzeitig erschießen. Ja. Und wenn ja, dann ist er auf jeden Fall ein Freund von einem Schietern. Das haben wir schon mal erlebt. Das war jetzt Insiderwitz. Ach, Shoreline. Ja. Ich hab gesagt, na los, wir stürmen uns alle drei raus. Dann kann es ja nicht alle drei gleichzeitig erschießen. Wir sind alle drei raus und zack, bumm. Da lag es nicht gelaufen. Ja, links. Ah, Mann. Ich auch. Ey, konnte man da nicht mal geschmeidig vorbeilaufen? Ich bin da einfach vorbeigelaufen gerade. Warum ich nicht? Zu doof zum Laufen. Ich würde hier, glaube ich, weiter an der Wand langlaufen. Was? Was? Voll Blutflecken an der Stirn, ey. Ich? Achso. Ich wollte mich heilen, ich hab da gar nichts. Ja, er wickelt, das find ich. Ich hatte vor uns einen Hit. So, Matze, wo bist du? One hit, one block. Ich bin hier im Gebüsch, jetzt rennt gerade mir vorbei. Okay. Da vorne, der LKW, wo die Uhr rausgehend war, den musst du nachgehen. Okay. Da weißt du ungefähr jetzt, welche Richtung. Der letzte ist dann ganz hinten, ne? Ja. Genau, bevor du so in Richtung Exit. Oh, oh, MG. Oh, ja. Das MG schießt aber auch nicht in unsere Richtung. Dieser Kanatwerfer ist das, glaube ich, was wir am Nächsten auch gemacht haben. Ja, ja, meine. Ne, ich wurde gerade beschossen für den Teil. Ja, ich auch. Ich geh mal ganz kurz so hinten in die Ecke. Ich geh mal in die Ecke. Ah, ich hab hier von dem Scheißding. Ja, das meine ich auch. Dieses Track-Ding. Äh, das Sniper-Ding schießt doch nicht. Kaffst mich auch. Ah, was ist denn hier los? Scheiße. Alter. Was ist denn das? Da heißt es. Boah, der schießt hier rein, alter. Lass uns mal hier bleiben, Beutel. Dieses muss ich erstmal alles beruhigen hier. Ah ja. Wisst ihr, wie der heißt? Wie denn? Aim-Bot-Kin. Also Aim-Bot und dann noch Kin dahinter. Also, ist wahrscheinlich schon Rogue oder irgendwas. Ach so. Ich dachte, das war ein Spieler. Nein, nein, das war ein... Ah, okay. Scheiße, dass wir uns ja hinten nicht durchquetschen können. Das ist immer zu fett. Ich will ja Räuberleiter machen. Einer wird er wahrscheinlich, wenn du hier... Der Sniper kann dich von oben spotten, ne? Ja. Ich war gerade hier an dem Duffelbeck und der hat mich getroffen. Oh, Mist. Geht das wirklich nicht? Ne, das geht nicht. Höchstens. Ich weiß nicht, ob es geht, wenn man kriecht oder so. So, ich guck mal, wo der Sniper ist. Weil nur Kimme und Korn kann nicht viel helfen. Blöden Blätter. Hast du irgendwas aufgemacht? Ja, ich. Hier, die Kiste. Da purzelt er runter, das dumme Schwein. Ich bin mit der rechten Arschbacke am Stacheldraht hingelegt. Ja, ihr ist auch Stacheldraht, wollte ich gerade sagen. So, okay, ich renne jetzt rechts. Du bist doch gut durchgekommen. So, wir müssen jetzt aufpassen. Hier liegt ein Toter. Bitte erschießen Sie mich nicht. Das war ich. Entschuldigung. Oh, Alter. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Ich habe statt F linke Maustaste gedrückt. So, dann stell hier rein. Stell hier unter die Brücke. Äh, unter die Treppe. Wie kann man denn hier eigentlich reden? Im Game? Weiß ich nicht. Du kannst ja. Wieso? Was willst du denn sagen? Don't shoot me. Don't shoot. I'm friendly. Was jeder sagt. Dann werde ich trotzdem abknallen. Ne, ich würde es gar nicht hören. Ich höre das ja gar nicht. Ach, du hörst das nicht, wenn ich hier rede? Ja, wenn du jetzt drinnen redest, nicht. Ne, habe ich nicht an. Es macht auch keinen Sinn, weil mein Mikro ja nicht an dem PC steht. Mein Marker sitzt übrigens. Gut. Was sagt die Uhr? Ja, sind jetzt alle schon auf dem Weg raus wahrscheinlich. Müssen wir etwas die Augen offen halten. Also einen muss ich aber noch machen. Ja, ja. Dann müssen wir ja hin. Ja, in Richtung Ausgang. Komm mit, sprach Piketty zu Frederik. Wo ist der Zweite? Oben wahrscheinlich.